Warum lügst du mich an, wenn ich dich frag, wie es dir geht? Warum gehst du nicht ran, wenn ich dich anruf, nachts um zehn? Warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst? Wollen wir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Hey, sag mir, was los ist, dann was ist komisch zwischen uns beiden? Das, was dich in Ordnung, wenn wir nicht reden und nicht mehr streiten. Sag, hast du vergessen, mich zu vermissen, wenn du nicht hier bist? Wollen alle hier fragen, was das mit dir ist? Wieso lauf ich nachts um deinem Block und es brennt kein Licht am vierten Stock? Immer wenn ich denk, wir sind so close, ja, dann gehen wir down und es fehlt so oft. Was sind das für Namen in deinen Chats? Wieso bist du online und drückst mich weg? Ich hab mal gedacht, wir sind perfekt, aber was ist jetzt? Warum lügst du mich an, wenn ich dich frag, wie es dir geht? Warum gehst du nicht ran, wenn ich dich anruf, nach zu uns sehen? Warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst? Wollen wir uns sehen? Warum lügst du mich an? Warum gehen wir auf Distanz? Warum lügst du mich an, wenn ich dich frag, wie es dir geht? Warum gehst du nicht ran, wenn ich dich anruf, nach zu uns sehen? Warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst, wann wir uns sehen Warum blickst du mich an, warum wir auf Distanz? Unser Bild auf dem Display hat schon nen Riss, ich fühl's noch wie gestern Das Schild an der Tür sagte, bitte nicht stören, hier zwischen dem Bett lag Ich will's mir nicht vorstellen, wie's für mich wär, ja du mit ner anderen Vielleicht denk ich zu viel, doch ich frage mich langsam Wieso lauf ich nachts um deinen Bock und es brennt kein Licht am vierten Schluck Immer wenn ich denk, wir sind so close, ja dann gehen wir down und es fehlt so oft Was sind das für Namen in deinen Chats? Wieso bist du online und drückst mich weg? Ich hab mal gedacht, wir sind perfekt, aber was ist jetzt? Warum blickst du mich an, wenn ich dich frag, wie es dir geht? Warum gehst du nicht ran, wenn ich dich anruf, nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst? Warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, wenn ich dich frag, wie es dir geht? Warum gehst du nicht ran, wenn ich dich anruf, nachts um 10, warum ist es normal, dass wir nicht reden, dass du nicht fragst? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Warum blickst du mich an, warum blickst du mich an? Untertitelung des ZDF, 2020